Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema Politik und Justiz. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Verhältnis von Politik und Justiz ist mit einem Vulkan vergleichbar. Jetzt ist er kräftig explodiert, so beurteilt der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes Ludwig Adamowitsch gestern im Standard die heftigen Debatten rund um den Rechtsstaat. Die Kanzlerpartei ÖVP greift offensiv die Justiz an. Ihr Koalitionspartner, die Grünen, fordern ein Ende der Attacken. Die Justiz pocht auf ihre Unabhängigkeit, denn es sei ihre Aufgabe, bei Verdacht einer Straftat ohne Ansehen der Person zu ermitteln. Doch genau das sorgt seit zwei Wochen für Aufsehen. Hausdurchsuchung bei ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Diese Vorwürfe sind definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen. Die Opposition fordert geschlossen seinen Rücktritt. Der Koalitionspartner übt scharfe Kritik. In den letzten Tagen mussten wir leider den Eindruck gewinnen, dass die ÖVP ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat. Die ÖVP reagiert mit der Forderung nach einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt. Ein Ansinnen, das die Partei jahrzehntelang blockiert hatte. Man sieht den Fehler bei der Justiz. Für mich sind diese Vorfälle besorgniserregend. Fest steht, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Namhafte Juristinnen wehren sich nach den ÖVP-Attacken in einem offenen Brief gegen politische Angriffe. Bundeskanzler Sebastian Kurz bietet der WKSDA in der Causa Blümel in einem offenen Brief seine Zeugenaussage an. Denn es ist mir ein Anliegen, dass diese fehlerhaften Fakten sowie die falschen Annahmen rasch aus der Welt geschafft werden können. Gleichzeitig werden Pläne der Kanzlerpartei bekannt, die WKSDA umzubauen und aufsplitten zu wollen. Die Grünen reagieren mit Ablehnung, die Opposition ortet eine Zerschlagung. In einer anderen Sache ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien nun auch gegen Ex-ÖVP-Justizminister und Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter sowie Justiz-Sektionschef Christian Pilnercheck. Der Verdacht, eine Hausdurchsuchung verraten zu haben. Pilnercheck wird vorläufig vom Dienst suspendiert. Es gilt in allen Fällen die Unschuldsvermutung. Wir haben Verfassungsministerin Karoline Edstadler eingeladen. Sie ist unserer Einladung nicht gefolgt, aber ich freue mich auf meine Gäste im Studio. Klaus Führlinger, der Nationalratsabgeordnete der ÖVP und Rechtsanwalt, bleibt dabei. Die lange Liste an Verfehlungen von einzelnen Staatsanwälten und die jüngsten Vorfälle in der Justiz haben gezeigt, wie wichtig eine Reform und die Schaffung eines unabhängigen Bundesstaatsanwalts ist. Jörg Leichtfried, der Klubobfrau, Stellvertreter und Bereichsprecher für Verfassung und EU, SPÖ, mahnt, die ÖVP attackiert die Justiz, weil diese gegen Parteifreunde ermittelt. Hände weg vom Rechtsstaat. Sabine Matejka, die Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, sagt, niemand ist unfehlbar, auch nicht Justiz, aber unsachliche oder gar taktische Kritik schaden dem Vertrauen in den Rechtsstaat. Rupert Wolf, der Präsident des österreichischen Rechtsanwaltskammertages, fordert, der Rechtsstaat lebt vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und darf kein Spielball der Politik werden. Und Werner Pleischl, der ehemalige Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien und ehemalige Leiter der Generalprokuratur und ehemaliger Vorsitzender des Weisungsrats, sagt, die Justiz muss die Politik kontrollieren, nicht umgekehrt. Auf OFON können Sie unter debatte.of.at im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Zu Beginn möchte ich eigentlich die Justiz, nämlich Sie drei fragen, was wir da insgesamt erleben, vor allem jetzt die vergangenen 14 Tage. Passiert so eine Auseinandersetzung regelmäßig zwischen der Justiz und der Politik, einmal in kürzeren, einmal in längeren Abständen, oder erleben wir eine neue Qualität? Herr Pleischl, ich beginne vielleicht mit Ihnen, denn Sie haben jahrzehntelange Erfahrung. Wie bewerten Sie das? Ja, ich glaube nur, das Besondere an der derzeitigen Situation ist, dass höchste Funktionsträger des Staates betroffen sind. Ansonsten sind das ganz normale Vorgänge, dass Verdachtsmomente auftauchen, die Verdachtsmomente werden überprüft. Es scheint auch mit der Kommunikationsstruktur zusammenzuhängen, die es seit einiger Zeit gibt, dass man halt über Laptops und über Handys sehr viel austauscht und da braucht man halt die Laptops und die Handys, um festzustellen, was dort gesagt bzw. geschrieben wurde. Ich glaube, die Sache wird ein bisschen dramatisiert, vor allem von den Politikern selbst, die ja die Justiz und die Staatsanwaltschaften als Kampfmittel gegeneinander gefunden haben. Es geht also immer wieder darum, den anderen in ein schlechtes Licht zu rücken und in Wirklichkeit wollen wir oder ist es Aufgabe der Justiz und der Staatsanwaltschaft, diese Vorwürfe aufzuklären und das wird auch geschehen, denke ich. Frau Matheka? Ja, solche Anwürfe oder Kritik an der Justiz, das gibt es natürlich immer wieder, auch seitens der Politik. Und das ist jetzt auch nicht nur eine Partei, sondern das kommt immer wieder von verschiedenen Seiten. Also da kann man eigentlich gar niemanden ausnehmen. Kritik an der Staatsanwaltschaft, Kritik an manchen Gerichtsurteilen. Also das ist jetzt nichts Neues. Was hier besonders ist, finde ich, ist diese Masse an Anwürfen, dass wir hier zwei Wochen eigentlich in einem Aztaccato erlebt haben, wie hier Vorwürfe gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemacht werden. Wir hier viele hochrangige Politikerabgeordnete sich hier sozusagen hineingeworfen haben in diese Debatte, die aus meiner Sicht auch sehr unsachlich geführt wurde. Herr Wolf? Justiz braucht vor allem Vertrauen, Vertrauen der Bevölkerung in das Funktionieren der Arbeit der Richterinnen und Richter und der Staatsanwälte. Ich vertraue der Justiz. Die Richterschaft darf auch nicht zu leicht beleidigt sein. Die Staatsanwaltschaft darf nicht zu leicht beleidigt sein, wenn sie kritisiert wird. Kritik kann man auch als kreative Gestaltungsmöglichkeit zur Verbesserung von bestehenden Strukturen einsetzen. So tun wir das Rechtsanwälte. Wir kritisieren alljährlich die Justiz in unserem Wahrnehmungsbericht. Dort, wo es nicht funktioniert, wo es zu lange dauert, wo Akten liegen bleiben. Allerdings ist die Argumentation der Politik eine andere. Politiker argumentieren anders als Juristen argumentieren. Wie meinen Sie das? Naja, in der Politik ist der Vorwurf an den politischen Partner sehr schnell bei der Hand. Das Mittel der Wahl in der Justiz ist ein Rechtsmittel einzubringen, eine Beschwerde einzubringen, eine Disziplinaranzeige einzubringen. Aber nicht die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit falsche Vorwürfe zu erheben. Herr Führlinger, wenn Sie sich das jetzt alles anhören. Ich glaube, dass die Debatte ein bisschen zu hoch gehängt worden ist. Von wem? Die Öffentlichkeit ist die Öffentlichkeit in der gesamten veröffentlichten medialen Diskussion. Nicht von der ÖVP. Die ÖVP hat nicht die Justiz kritisiert, Frau Reiterer. Und sie hat auch nicht die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt. Sie hat, oder einige unserer Kollegen haben meiner Meinung nach aber nicht ganz zu Unrecht, Teile einer Sonderbehörde kritisiert, die ihrerseits doch das ein oder andere Problem in letzter Zeit gehabt hat. Probleme mit anderen Behörden im Innenministerium, Probleme innerhalb der eigenen Dienstaufsicht, wo man Besprechungen abgehört hat und dann zur Anzeige gebracht hat. Oder auch mit Journalisten zum Beispiel, wo es Anzeigen wegen Artikeln gegeben hat. Und wenn es solche Probleme gibt, und die haben sich in letzter Zeit verdichtet und gehäuft, dann glaube ich, ist es schon Aufgabe der Politik, das auch zu thematisieren, hinzuschauen und zu sagen, was läuft da falsch und wo können wir helfen. Und mit dem Vorwurf zum Beispiel, dass dramatisiert wird, beziehungsweise die Kritik nicht sachlich genug ist, können Sie nichts anfangen? Also ich habe den Herrn Generalprokurator so verstanden, dass insgesamt die Diskussion zu sehr dramatisiert wird. Ich habe das jetzt nicht auf die Politik bezogen. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie generell gesagt, dass die Debatte zu dramatisch läuft. Und das habe ich auch gemeint, wenn sie zu hoch gehängt ist. Das unterstreiche ich. Also ich würde einmal den Begriff die Politik kontra die Justiz nicht so sehen, muss ich ganz offen sagen. Was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben ist, und die grüne Klubopferfrau ist da ja näher an der ÖVP derzeit dran als ich. Und wenn selbst die grüne Klubopferfrau sagt, die ÖVP und die türkise ÖVP hat ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz, dann macht mir das schon Sorgen. Und wir haben jetzt zwei Wochen erlebt, wo vom Bundeskanzler, und der Bundeskanzler ist ja nicht irgendwer, abwärts jeden Tag die Staatsanwaltschaft, die Justiz, unser gesamter Rechtsstaat eigentlich attackiert wurde. Und das ist schon etwas Einmaliges. Und da muss man sich fragen, warum passiert denn das? Das passiert ja nicht einfach so. Und es passiert wahrscheinlich deswegen, weil erstmals das System kurz nicht nur politisch attackiert wird. Ich war immer einer, der diese Art von Politik, man sammelt Spenden und macht dann Interessenspolitik für sehr reiche Menschen, politisch attackiert hat und auch moralisch attackiert hat. Aber plötzlich schaut es so aus, als gäbe es da auch rechtliche Probleme. Das kann ich nicht beurteilen, aber die Justiz, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja nicht nur in einem Fall, sondern in unseligen Fällen und insbesondere gegen vier im Amt befindliche der ehemalige ÖVP-Minister. Und dass das seine Gründe haben wird und wenn eine Richterin auch eine Hausdurchsuchung bewilligt, dann wird es Gründe dazu geben. Und ich finde es halt als wirklich nicht staatstragend, als wirklich nicht verantwortungsbewusst, in so einem Fall dann als Reaktion, und es ist eine Reaktion, die Justiz zu attackieren und die Staatsanwaltschaft zu attackieren. So geht es einfach nicht. Herr Fühlinger, Sie vermuten ja, oder eben Teile der ÖVP vermuten ja, eine parteipolitische Agenda der Staatsanwaltschaft. Haben Sie eigentlich Beweise dafür? Das würde ich so nicht vermuten, dass es eine parteipolitische Agenda ist. Das habe ich so nie vermutet. Ich glaube auch, dass das nicht der Fall sein sollte, denn Parteipolitik sollte von der Justiz möglichst fern sein. Die Justiz sollte parteipolitisch neutral sein und davon gehe ich aus. Wenn das nicht wäre, hätten wir tatsächlich ein großes Problem. Aber gerade die parteipolitische Agenda, das ist ja die Diskussion. Weil wenn Sie dann in die Unabhängigkeit, jetzt klingt das ja so, als hätten Sie überhaupt keinerlei Kritik. Es gibt keine parteipolitische Agenda. Sie glauben an die Unabhängigkeit der Justiz. Wozu dann die ganze Aufregung? Ich habe es, glaube ich, ohnehin zuerst formuliert. Es gibt ein Problem in einem Teil einer Sonderbehörde, dieser Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da auch nur von einem Teil, wo Probleme sich in den letzten Jahren, zwei Jahren verdichtet haben. Wo wir jetzt, glaube ich, schauen müssen, wie wir diese Probleme beheben können. Und wie wir auch eine StPO-Reform, die 2008 in Kraft getreten ist, evaluieren können und vielleicht was verbessern können. Gut, eine, Sie wollten was. Ja, die Kritik, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich habe eine andere Vorstellung von Kritik. Kritik bedeutet, da ist etwas gemacht worden, das gehört anders gemacht. Warum ist das so gemacht? Warum anders? Es geht in dem Fall eher um Anschuldigungen. Wenn man das Wort Verfehlungen, ohne es näher auszusprechen, verwendet, das finde ich nicht, dass eine Kritik ist. Und was vor allen Dingen irritiert ist, dass insbesondere die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf diese Weise angegriffen wird. Gleichzeitig sagt man aber, man will eine Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften bzw. eine Leitung der Staatsanwaltschaften. Das passt irgendwie nicht zusammen. Unabhängigkeit bedeutet für uns und wäre ganz, ganz wichtig, dass wir von der politischen Weisungsgebundenheit wegkommen. Das heißt ja immer wieder die unabhängige Justiz. In Wirklichkeit ist nicht die Justiz unabhängig, sondern nur, sage ich dazu, die Gerichte. Das ist die Schwierigkeit, dass wir, und das sind wir eines von wenigen EU-Ländern, wo das Justizministerium in Einzelfällen Weisungen aussprechen kann, dass wir wegkommen zu einem Bundesstaatsanwaltschaft. Das ist durchaus eine Idee, eine gute Idee, die wir seit vielen Jahren verfolgen und die Charme hat. Aber die Frage ist natürlich im Einzelnen, wie das ausgestattet ist. Verfehlungen, können Sie die jetzt nochmal präzisieren, welche jetzt offenbar übrig geblieben sind? Also ich habe zuerst gesagt, die Probleme, die einerseits Teile der Staatsanwaltschaft hatten mit dem Bundesministerium für Inneres, mit dortigen Ermittlungsbehörden, sozusagen eigentlich dem eigenen verlängerten Arm. Dann das Zweite war, was für mich mich auch einigermaßen doch betroffen gemacht hat, dass es das vorkommt, dass in einer Dienstbesprechung zwischen der Aufsichtsbehörde und einzelnen Staatsanwälten diese aufgenommen wird und danach auch noch Strafanzeigen wechselseitig gemacht werden. Also wenn Sie in irgendeiner Firma widerrechtlich die Dienstbesprechung oder die Besprechung mit Abteilungsleitern aufnehmen, dann sind Sie die längste Zeit in der Firma gewesen. Das war aber auch noch relativ sanktionslos. Dann stelle ich mir schon die Frage, ist es richtig, wenn ein Teil der Staatsanwaltschaft dann Anzeigen gegen unabhängige Journalisten machen, die über eine UGH-Entscheidung referieren, die der Staatsanwaltschaft nicht ganz so recht gegeben hat. Und das sind, man kann, ich würde den Begriff Verfehlungen hochhängen, aber das sind schon Auffälligkeiten und Probleme, deren sich die Politik sicher annehmen muss. Aber Sie haben jetzt keine einzige Verfehlung genannt, was den Finanzminister und die Ermittlungen gegen ihn betrifft. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ich, Sie werden von mir jetzt zu einem laufenden Verfahren wenig Inhalt hören. Beim Finanzminister muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, der hat ja freiwillig mit der WKStA Nachschau in seiner Wohnung gehalten. Der Finanzminister hat am Tag darauf eine eilestätige Erklärung abgegeben, die für mich persönlich schon einiges von dem ausgeräumt hat. Also dieses Thema würde ich jetzt nicht so hochhängen. Und der Gerhard Blümel hat ja auch gesagt, dass er ein durchaus wertschätzender Umgang da gegeben war. Weil Sie, Herr Bleischel, eben die Weisungsspitze, die Unabhängige angesprochen haben. Sie wurden ja der Oberstaatsanwalt unter dem Minister Böhmendorfer und dem damaligen Justizminister. Dann wurden Sie eben Chef der Generalprokuratur, Chef der Generalprokuratur unter dem Justizminister Brandstetter. Und Sie sind eben auch Chef des Weisungsrates gewesen. Das heißt, über Ihren Tisch sind sehr viele Weisungen. Sie haben Weisungen erhalten in Ihrem Leben und auch Weisungen gegeben. Können Sie uns erzählen, wie läuft das eigentlich? Es muss ja alles, was von einiger Bedeutung ist, an das Ministerium berichtet werden. Das Ministerium hatte einen ungeheuren Informationsbedarf. Schlimm ist ja nicht die Weisung an sich, sondern schlimm ist es, wenn nicht klar wird, wer die Weisung aus welchem Grund gegeben hat. Und unangenehm für die Kollegenschaft ist vor allem, dass viele schreibende Berichte, wie sie auch aus einer Zeugenassage einer Kollegin im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss herausgekommen ist. Wenn man ununterbrochen Berichte schreiben, das ist ja nicht so einfach, immer alles aus den Akten zusammenzusuchen und alles da zu schreiben und das haben wir vor und das haben wir vor. Aber bitte macht das noch vorher und das noch berichten, das ist schon sehr mühsam. Also da ist eine Demarkationslinie, würde ich sagen, zwischen den Staatsanwaltschaften und der politischen Instanz, in unserem Fall das Justizministerium. Und an dieser Linie spießt es sich halt immer wieder. Und da sind auch Konflikte entstanden, die in der jüngeren Vergangenheit etwas heftiger ausgetragen wurden als früher. Also ich habe mit dem Strafrechtssektionsleiter auch nicht immer ein bestes Einvernehmen gehabt. Aber wir haben einander nicht beflegelt und ich denke auch nicht abgehört, sondern die Meinung gesagt. Aber da muss man sich schon auf die Füße stellen und das Ministerium sitzt natürlich auf dem längeren Ast. Frau Mattecker, sind Sie jetzt überrascht, wenn Sie hören, es gibt eh keinen Vorwurf mehr der parteipolitischen Agenda, weil das ist ja genau der Vorwurf, den eben die Justiz am meisten trifft. Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, es ist glaube ich ziemlich genau ein Jahr her, dass ich bei Ihnen gesessen bin. Das war nach diesem sogenannten Hintergrundgespräch, wo man, der Herr Bundeskanzler vorgeworfen hat, es gebe rote Netzwerke in der Staatsanwaltschaft oder in der Wirtschaftskorrosionsstaatsanwaltschaft. Da haben wir ziemlich die gleiche Diskussion geführt und der Bundesstaatsanwalt war noch ganz was Schreckliches damals für die Frau Ministerin Edstadler. Und das ist etwas, was uns immer besonders trifft, weil so wie Sie richtig sagen, die Justiz hat sich natürlich fernzuhalten von jeder Parteipolitik und das ist uns allen auch wirklich ein großes Anliegen. Und das ist etwas, was wir sehr verinnerlicht haben. Und diese Angriffe treffen uns daher auch immer besonders hart. Aber sie kommen halt immer wieder, auch von verschiedenen Seiten über die Jahre. Und das ist einfach regelmäßig zurückzuweisen. Das ist ein Problem. Ich möchte nur noch einmal zurückkommen, warum auch dieses sozusagen, warum die Justiz jetzt auch so vehement dagegen sich wehrt. Weil das hat ja alles auch ein bisschen eine Vorgeschichte. Wir haben seit Jahren, sage ich jetzt einmal, wurde die Justiz halbtot gespart, unter diversen Regierungen auch schon davor. Es gibt immer wieder solche, ich sage jetzt einmal, so kleine Kicks gegen die Justiz, sei es jetzt Staatsanwaltschaft, sei es Gerichte. Vor einem Jahr eben dieses Hintergrundgespräch beim Terroranschlag. Ich glaube nicht einmal einen Tag später hat es geheißen, ja das Gericht ist schuld, weil die haben den entlassen. Das war völliger Unsinn, hat auch keinen zeitlichen Zusammenhang gehabt. Also da kommen immer wieder solche Anwürfe und das jetzt wieder in sehr massiver Form. Und das Ganze gibt halt, sage ich jetzt einmal, hat einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Also da fühlt man sich als Justiz nicht unbedingt als das lieb Kind der anderen und der Regierung insbesondere. Und wenn jetzt hier dieser Fall ad hoc herangezogen wird, um hier große Reformen zu verlangen, dann wird man natürlich ein bisschen vorsichtig und skeptisch, was damit bezweckt wird. Anlassgesetzgebung. Anlassgesetzgebung und wie gesagt, zum einen dieser plötzliche Wandel, der natürlich nicht ganz nachvollziehbar ist und auch nicht ganz schlüssig, weil eine Hausdurchsuchung, die die Staatsanwaltschaft beantragt, nur ein Gericht bewilligt und der Tausch sozusagen der Weisungsspitze, da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen unmittelbaren Zusammenhang für eine rasche Reaktion. Es ist ja an sich, ich kann mich da nur anschließen, immer dasselbe türkise Verhaltensmuster. Weil was war vor einem Jahr? Vor einem Jahr haben die Ermittlungen gegen einen anderen ehemaligen Finanzminister der ÖVP begonnen und die Reaktion der türkisen ÖVP war Justiz attackieren. Dann war der Terroranschlag mit all seinen schrecklichen Folgen. Was war die erste Reaktion aus dem Innenministerium, aus dem türkisen Innenministerium? Justiz attackieren. Und jetzt war eben die Hausdurchsuchung bei Blümel reflexartig, wird wieder die Justiz attackiert. Und das ist schon ein Muster, das hauptsächlich bei einer Partei in Österreich vorkommt, muss man auch ganz klar sagen. Und nicht bei der Politik. Und das ist natürlich in einer Dimension jetzt, wenn der Bundeskanzler da mitmacht, die Verfassungsministerin mitmacht. Der Klubobmann der ÖVP meint, es gibt Leaks in der Justiz. Das sind Dinge, die halte ich schon für sehr, sehr gefährlich. Und ich hoffe und werde alles dafür tun, dass wir nicht in Orbansche oder perluschronische Verhältnisse schlittern. Diese, die haben sich immer profiliert über die Attacken gegen die Justiz. Und haben versucht, die Justiz klein zu halten. Die Unabhängigkeit, die Glaubwürdigkeit einzuschränken. Und das sollten wir, denke ich, schon gemeinsam in Österreich nicht zulassen, dass das geschieht. Weil wir haben eine Justiz, die funktioniert. Die Probleme, die Sie angesprochen haben, zu wenig Personal, zu wenig Geld, die gibt es, die muss man lösen. Aber wir haben eine Justiz, die eigentlich gut funktioniert. Und die sollen wir uns von kurz nicht kaputt machen lassen. Also, Frau Reiterer, jahrzehntelang wurde die Justiz ausgehungert. Das hat dazu geführt, dass der Justizminister Jablona formulierte, die Justiz stirbt einen langsamen Tod. Was wir jetzt haben, sind natürlich die Folgeerscheinungen. Hinten und vorne fehlt es an Personal in der Justiz. Es fehlt an Ressourcen. Es fehlt an einem Digitalisierungsschub. Natürlich gibt es Leaks in der Justiz, weil es nicht gelingt, Akten, die der Verschwiegenheit unterliegen, die Verschlussakten sind, auch verschlossen und verschwiegen, zu behalten. Das ist eine Staatsaufgabe. Die Justiz ist verpflichtet, das Amtsgeheimnis zu wahren. Und wenn es ihr nicht gelingt, Akten so zu verwahren und zu handeln, dass Informationen nicht kund werden, dann hat sie einen groben Fehler begangen. Aber die Akten sehen schon andere aus. Jetzt nur als Zwischenfrage, wo kommen jetzt die Leaks her? Weil da schieben sie ja immer die einen auf die anderen. Also wo sind die dann ihre Meinung nach? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten für Leaks. Das ist vollständig irrelevant, woher sie herrühren. Relevant und wichtig wäre, das so zu verwahren, der Staat dem sind diese Informationen anvertraut. Und der hat die Verpflichtung, es so zu verwahren, dass da kein Tropfen herausrinnt. Sie wollten aber noch vorher zum Herrn Reichelt. Also, auf der Bitte. Zwei verschiedene Dinge. Also ich bin der Meinung, wir sollten jetzt das Justizthema nicht für eine parteipolitische Debatte missbrauchen. Also ich, auch wenn ich mir den kleinen Hinweis nicht ersparen kann, dass ich die gleichen moralisch hochstehenden Ausführungen auch gerne gehört hätte, als es SPÖ-Regierungsmitglieder waren, die in Untersuchungen verwickelt wurden. Unter anderem ein Bundeskanzler und ein Landeshauptmann. Also Hausdurchsuchungen haben es da keinen einzigen SPÖ-Regierungsmitglied je gegeben. Das muss man ganz klar sagen. Es hat auch bei uns keine gegeben, sondern eine freiwillige Nachschau, lieber Kollege. Aber lassen wir das einmal zur Seite. Das Leaks-Thema ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Und ich sage auch dazu, da bin ich Ihrer Meinung, Herr Präsident, es ist vollkommen egal, woher Sie kommen. Wenn wir eine ordentliche gesetzliche Bestimmung machen, wie es beispielsweise in Ansätzen Deutschland hat, dass die Veröffentlichung von Originalzitaten aus dem Akt und Originalaktenstücken untersagt wird, dann wäre das ein weiterer guter Schritt, weil wir hier wirklich zum Schutz von Unschuldigen Beschuldigten. Ich erinnere nur an die MRK und die Öffentlichkeitsschutz von diesen Personen, die im öffentlichen Raum tätig sind, dringend Herstellung gewährleistet müssen. Das heißt, Sie bleiben dabei, dass die Volkspartei eben Journalisten und Journalistinnen das Zitieren aus Ermittlungsakten verbieten will. Noch einmal, ich möchte ganz klar sagen, es ist kein einziger Hinweis von uns, dass wir die Presse, die freie Presse einschränken wollen. Die Pressefreiheit ist ein heiliges Gut. Das, was wir wollen, ist den Schutz von Beschuldigten, die nach der MRK bis zu einer Verurteilung unschuldig sind, dass ihre persönlichen und privaten Daten nicht freigegeben werden. Wenn Sie einmal eine Person des öffentlichen Lebens oder auch nur einen Bürgermeister einer kleineren Gemeinde, so wie ich es gemacht habe, verteidigt haben und Sie lesen jede Woche in der Zeitung, wie denn die neuen Vorwürfe sind, zum Teil noch bevor Sie selber wissen, was die Vorwürfe sind, wenn Sie dann wissen, wie es diesen Menschen geht, wie es den Familien rundherum geht, dann ist das ein klarer Auftrag an die Politik und auch an uns, dass wir dafür sorgen, dass es diese Veröffentlichungen nicht mehr gibt. Und auch Stichwort, dass jemand aus einem sozialen Medium oder einer Zeitung erfährt, dass er als Beschuldigter geführt wird. Da ist ein Fehler im System, meine Damen und Herren. Aber nur zur Präzisierung, das habe ich dann richtig verstanden. Also Sie wollen das durchsetzen, dass hier eben Journalisten und Journalistinnen nicht mehr aus Ermittlungsakten zitieren dürfen. Sie wissen aber, dass der Koalitionspartner hier sagt, das wird nicht kommen. Also ich habe die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen immer als eine Partei wahrgenommen, die für Menschenrechte und für Grundrechte einstehen. Und das Recht auf Persönlichkeitsschutz aus der Menschenrechtskonvention ist ein elementares Grundrecht. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir dort bei einer geordneten Diskussion auf ein offenes Ohr treffen werden. Also ich glaube nicht, dass das Problem der Leaks, das ein Problem ist, darin besteht, dass wir nicht auf unsere Akten aufpassen können. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir verpflichtet sind, die verschiedenste Informationen hinaus zu geben, Akteneinsicht zu geben an den Beschuldigten, an den privat beteiligten Vertretern, in gewissem Umfang auch an Zeugen, an Sachverständigen. Wir müssen zustellen, die Sicherstellungsanordnung zum Beispiel, die wir heute auf Facebook nachlesen kommen. Man muss sich in dem Zusammenhang oder sollte sich fragen, cui bono, wem nützt es? Der Staatsanwaltschaft sicher nicht, die Informationen hinauszugeben, die sie dazu verwerten will, um weitere Anhaltspunkte zu finden, das Verfahren fortzuführen. Also da sind andere Interessen im Spiel und nicht die der Staatsanwaltschaft. Aber was sagen Sie jetzt zu dem, dass die ÖVP dabei bleibt, dass das Zitieren aus Ermittlungsakten unter Strafe gestellt werden soll? Das ist ein interessanter Gedanke, weil er natürlich dem persönlichen Datenschutz dienen würde, aber ich halte das für völlig unrealistisch. Denken Sie an das Bubok-Verfahren, wo wir leider sehr lange ermittelt haben und wo die Hauptverhandlung einige Jahre gedauert hat. Da jetzt nichts zu sagen, halte ich für völlig unmöglich. Beschuldigte müssen sich auch in der Öffentlichkeit dastehen und verteidigen können. Und man muss ihnen dann auch etwas entgegenhalten können. Und es ist ja in Deutschland nicht so, dass man die Informationen nicht geben dürfte. Man darf ja nur im Einzelnen und im Detail und woher sie kommen, das nicht mitteilen. Und das ist ein bisschen Schwierigkeit. Ich erachte es für extrem gefährlich, in einem demokratischen Rechtsstaat die freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit zu beeinträchtigen. Wir hatten das bereits. Seit 1862 galten die sogenannten Lasserschen-Artikel bis 1973. Und dann haben wir gesagt, bitte Schluss mit dem alten Zinnober aus dem 19. Jahrhundert. Und jetzt haben wir 50 Jahre keine Lasserschen-Artikel gehabt und haben auch gut und glücklich gelebt. Hin und wieder gab es Probleme. Ja, das Leak muss aber dort gestoppt werden, wo es entsteht, wo das Gefäß und dicht ist. Herr Präsident, ich bin in tiefer Bewunderung für die historische Kenntnis. Wir wollen keinesfalls das Recht auf Meinungsfreiheit oder die freie Presse in irgendeiner Form behindern. Das, was wir wollen, ist, dass Originalkopien und Originalzitate aus den Akten nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Und die, wenn Sie sich die deutsche Bestimmung nur beispielsweise ansehen, dort ist sehr wohl das Recht verbrieft, dass man über die Vorverfahren berichten darf. Es ist nur der feine Unterschied, ob ich alles in Kopie im Original hinausspiele. Und ich erinnere auch daran, bitte, und das muss ich hier, glaube ich, nicht, dass die StPO in § 12 sehr wohl vorsieht, dass das Vorverfahren nicht öffentlich ist, sondern nur das Hauptverfahren. Es ist nicht öffentlich, aber so wie Werner bereits gesagt hat, es haben wahnsinnig viele Personen in Wahrheit Einsichtsrechte in den Akt und können natürlich entsprechend auch völlig legal der Beschuldigte und sein Anwalt diese Informationen sogar weitergeben. Und das betonen die Journalisten ja immer, sie haben das auf legale Weise erlangt. Na, was wird die legale Weise sein, die im Gesetz steht? Sprich, in der Regel halt über den Verteidiger, der hier natürlich auch Interessen hat, die er vertritt und das taktisch natürlich einsetzt. Das ist sein Job. Und ich glaube, niemand hier möchte das einschränken, dieses Prinzip und da etwas ändern. Ich glaube auch nicht, dass das so viel bringt, so wie Sie richtig sagen. In Deutschland wird das dann halt umschrieben. Also ob das jetzt der große Wurf wäre, dass wir da jetzt so viel eine Besserstellung erreichen für den Beschuldigten, bezweifle ich. Was die Leaks betrifft, würde ich mich vollkommen der Frau Präsidentin inhaltlich anschließen. Ich glaube, die Justiz allein dafür verantwortlich zu machen, wäre zu kurz gegriffen. Da gibt es sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, wie die entstehen können. Ich würde vielleicht nur kurz zusammenfassen, was die Haltung jetzt vom Herrn Kollegen und der ÖVP betrifft. Also gegen die ÖVP wieder ermittelt, das findet eine Hausdurchsuchung statt. Die Reaktion ist, wir schaffen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ab. Wir schränken die Pressefreiheit ein. Und wir wollen einen Bundesanwalt, der aber sicher nicht unabhängig sein darf. Und wenn man diese Reaktionen anschaut, so habe ich schon gewisse Zweifel an der, wie Sie gesagt haben, kritischen, aber doch konstruktiven Haltung der ÖVP die Justiz zu verbessern. Ich glaube, die wollen das Gegenteil machen. Und wenn wir über einen Bundesstaatsanwalt sprechen, wo wir sehr dafür sind, ist ein Wesensmerkmal ganz, ganz wichtig, nämlich, dass er wirklich unabhängig ist und dass er nicht von der Regierung eingesetzt wird, sondern von einer möglichst breiten Mehrheit im Nationalrat eingesetzt wird. Unter Mitwirkung der Justiz, unter Mitwirkung der Richterschaft und der Staatsanwälte. Ich denke, das sollte er unbedingt machen. Und der aber auch trotzdem dem Parlament, dem Nationalrat verantwortlich bleibt. Das sind Dinge, die meines Erachtens ein relativ gutes System entstehen lassen würden können. Aber vielleicht ist die Frage zu banal, aber Herr Fühlinger, wenn es jetzt schon einen Bundesstaatsanwalt oder eine Bundesstaatsanwältin gegeben hätte, was wäre anders gewesen? Nix. Naja, das kommt darauf an. Das muss man jetzt wirklich dazu sagen, was hätten wir für ein Modell gehabt. Es gibt ja von diesem Bundesstaatsanwalt viele verschiedene Modelle. Wir können uns da in Deutschland orientieren. Okay, aber das Modell, das Sie gern hätten oder die ÖVP gern hätte, Sie haben jetzt gleich gesagt, nichts. Was wäre dann anders gewesen? Wäre dann nicht ermittelt worden? Ich möchte Ihnen dazu sagen, bis jetzt gibt es einmal eine Absichtserklärung und wir arbeiten jetzt dann an dieser Reform, die sicher keine kleine ist, arbeiten wir jetzt dann im Parlament gemeinsam mit unserem Regierungspartner, gemeinsam mit Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten. Wir werden dort das ausarbeiten, schauen, was uns die Experten servieren, was sinnvoll ist, was gut ist. Wir werden das dann verdichten und die Politik wird das auch entsprechend umsetzen, hoffentlich auch mit Zustimmung des Kollegen Leipzig. Vielleicht hat man es jetzt nicht gehört. Also was wäre denn anders gewesen? Oder was wäre anders? Nichts, weil auch ein Bundesstaatsanwalt, oder wie wir immer ihn nennen, hätte wohl, wenn es einen Anfangsverdacht gibt, einen entsprechenden, wenn die Staatsanwaltschaft das gut begründet und sagt, welche Beweismittel oder was sie erhofft, dort zu finden bei einer Hausdurchsuchung, wohl kaum eine Weisung erteilt. Man darf nicht beim Herrn Blümel, nur weil er Finanzminister ist, keine Hausdurchsuchung durchführen. Das habe ich gemeint mit, es hätte nichts geändert. Und ein unabhängiger Oberster Staatsanwaltschaft hätte so eine Weisung mit Sicherheit auch nicht erteilt, so wie sie halt jetzt im Justizministerium auch nicht erfolgt ist. Ein Problem nur zu Ihrer Wortmeldung. Ein Problem besteht in der täglichen Praxis, dass die Staatsanwälte ihren Befehl zur Hausdurchsuchung nicht begründen müssen, sondern der geht dann hinauf zum Haft- und Rechtsschutzrichter und der genehmigt ihn mit einem Stempelaufdruck. Das ist eine Forderung der Anwaltschaft schon seit vielen Jahren. Um dann im Nachhinein ein Rechtsmittel einlegen zu können und die Hausdurchsuchung anzufechten, brauchen wir eine schriftliche Begründung. Die Zeit muss sich die Justiz nehmen. Ich denke, das sind Formalitäten nicht, wie man das jetzt gemeinsam macht. Das sind Sicherstellungsanordnungen und Hausdurchsuchungen natürlich begründet. Und ich gehe genauso viel wie Sie davon ausverreiter, dass ein Bundesstaatsanwalt in der gegenwärtigen Situation gar nichts geändert hätte. Denn die entscheidende Frage ist, gibt es genug Anfangsverdacht, um ein Verfahren einzuleiten, oder ist das nicht der Fall? Ob man dann hingehen darf in diesem Gerichtshof und in jenes Büro und ob man eine Sicherstellung oder eine Hausdurchsuchung macht, das sind ja dann vergleichsweise nebensächliche Fragen. Was auffällig ist in dem Fall, Beschuldigte und ihr Umfeld kritisieren die Justiz, kritisieren die Staatsanwaltschaft, werfen wir Verfehlungen vor, werfen wir vor, gepatzt zu haben. Das ist nichts Besonderes. Das sind wir gewohnt. Aber was kann ein Bundesstaatsanwalt, Staatsanwältin besser machen? In diesem Fall ist ja nichts schlecht gemacht worden, daher ist auch nichts besser zu machen, mit Sie mich. Aber es ist ja von der Justiz eben seit lange schon die Forderung, dass es so eine... Ja, aber nicht wegen dieses Falles oder wegen ähnlicher Fälle, sondern aus ganz anderen Gründen. Es entsteht immer der Eindruck, der Anschein, es würde der Justizminister sein Weisungsrecht missbrochen, aus politischen Gründen. Wenn man sich den Weisungsbericht des Justizministeriums ansieht, der im Parlament auf der Homepage abrufbar ist und für einen Zeitraum von acht Jahren erstattet wurde, da gab es 65 Weisungen in acht Jahren. Also das Problem ist mehr gefüllt als gemessen. Dennoch, um den Anschein zu beseitigen, arbeiten wir an einer neuen vernünftigen Lösung zusammen mit der Politik, um hier den Anschein der Befangenheit und der Einflussnahme zu beseitigen. Wie kann garantiert sein, dass diese Person auch wirklich unabhängig ist? Weil ich würde jetzt mal sagen, nicht der Teufel steckt im Detail, sondern die Unabhängigkeit steckt dann im Detail. Wir werden im parlamentarischen Prozess, das Sie jetzt herausarbeiten, Frau Reiterer, da können Sie sich sicher sein, wir werden eine gute Lösung finden mit unserem Koalitionspartner gemeinsam. Ich glaube, dass es eine breite Debatte dazu geben muss. Das ist keine kleine Reform, das ist ja auch durchaus eine Strukturreform, die in die SDPO und in andere Regelungen eingreift. Die will wohl überlegt sein, die will auch mit den Expertinnen und Experten beraten sein und am Schluss werden wir das in der Politik zu einer guten Lösung unter Teilnahme aller Beteiligten. Und das ist keine Anlassgesetzgebung. Warum haben Sie das eigentlich nicht in dieser Zeit, wo Sie doch über zehn Jahre auch das Justizministerium, die ÖVP hat immer den Justizminister, die Justizministerin gestellt, von 2008 bis 2019, insgesamt 34 Jahre in der Regierung. Warum ist das erst jetzt? Naja, wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn man eine so große Reform gemacht hat, wie es in der SDPO war, die 2008 in Kraft getreten ist, wo man gesagt hat, okay, der Staatsanwalt ist jetzt Herr des Verfahrens und nicht mehr der Untersuchungsrichter, das war ja eine sehr, sehr strittige Sache. Und bei manchen Dingen wünschen sich heute oder wünschen sich auch Teile der Justiz so eine Art Ermittlungsrichter wieder zurück und nicht nur den Staatsanwalt, das Herr des Verfahrens. Da gibt es durchaus, wenn Sie so ein bisschen die Artikel darüber lesen, kritische Meinungen auch innerhalb der Justiz. Wenn man so eine große Reform hat, dann darf man nach zehn bis zwölf Jahren einmal Zwischenbilanz ziehen. Dann kann man evaluieren und schauen, wo man es verbessern kann. Und wenn man es damit verbessern kann, dann soll man es auch tun. Ich glaube, Ihre beiden Fragen sind relativ leicht zu beantworten, wenn man es konkretisieren möchte, warum gerade jetzt, weil die ÖVP den Justizminister nicht mehr hat, deshalb jetzt. Und zweitens, wie kann der oder die unabhängig sein? Es muss ein öffentliches Auswahlverfahren geben, ein Hearing geben, es muss der Hauptausschuss des Nationalrates eingebunden sein, wie gesagt, es muss die Justiz eingebunden sein. Es muss zumindest eine zwei Drittel mehr dem Parlament geben. Irgendwer muss ihn ja bestellen, der zwei Drittel mehr hat im Parlament. Und schon wichtig ist, und das ist ein Detail, das vielleicht nicht für alle so interessant ist, aber jetzt ist der Justizminister, die Justizministerin natürlich dem Parlament gegenüber verantwortlich. Und diese Frage muss man auch irgendwie lösen. Zumindest müsste es eine Berichtspflicht im Parlament geben. Aber nur die Grund, die ich jetzt schon merke, ist, Sie sagen trotzdem eine Art der politischen Bestellung und Sie sagen absolut Nein dazu. Weg mit dem Eindruck des politischen Einflusses auf die Justiz. Gerade in dieser Frage des neu zu schaffenden Bundesstaatsanwaltes versuchen wir doch auf die Fachleute zu hören, auf die Richterinnen, auf die Staatsanwältinnen, die sagen, das soll ein Rat der Gerichtsbarkeit machen. Das finde ich gut und vernünftig. Es sollte in jedem Fall ein Expertengremium sein, denke ich, dass diese Auswahl trifft, dass auch die fachliche Kompetenz beurteilt, dass hier ein Vorschlag erstattet wird. Ich glaube, da sollte man sich auf die Fachexpertise verlassen können und sollte nicht sozusagen hier wieder parteipolitische Erwägungen einfließen lassen, wo man gewisse Erwartungen in die eine oder die andere Person vielleicht hat. Also das sollte wirklich außen vor sein, weil sonst stehen wir wieder vor demselben Problem. Also da lösen wir das Problem nicht, wenn wir hier einen anderen Einfluss, einen Kanal schaffen. Ich verstehe den Ansatz natürlich schon, aber es gibt natürlich auch eine gewisse politische Verantwortung, die man wahrnehmen muss. Und ich glaube, wenn es eine Kombination aus beiden Möglichkeiten gäbe, kann man sich am Ende schon einigen. Die Frage ist, warum gibt es die jetzt? Weil jetzt ein politisches Agandaminister dasteht und natürlich das Parlament, die Opposition hier eine gewisse Kontrolle ausüben will. Aber wenn ich das Modell eben genau nicht mehr habe, sondern wenn ich hier einen unabhängigen Fachmann, Fachfrau sitzen habe, die eben nicht aus der Politik kommt, dann frage ich mich, wozu brauche ich dann diese Kontrolle noch? Ich habe eine prüfende gerichtliche Kontrolle. Auch die Staatsanwaltschaft kann ja nicht frei und willkürlich agieren, sondern viele Schritte der Staatsanwaltschaft unterliegen der gerichtlichen Kontrolle. Ich sehe dieses Problem nicht so ganz. Im Nachhinein zu berichten über die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft, dagegen spricht ja nichts. Aber so dieses Bedürfnis, das wir jetzt haben, weil da sitzt eben ein Regierungsmitglied, jemand, der parteipolitisch gefährdet ist, das Problem haben wir ja dann nicht. Daher sehe ich auch die Notwendigkeit nicht. Ja, ich stimme der Präsidentin völlig zu. Nur der Bestellungsvorgang ist das eine. Die Unabhängigkeit ist das andere. Wenn ich eine Person habe, die unabhängig ist, aber die kontrolliert wird vom Parlament, die jederzeit dorthin zitiert werden kann, die sich womöglich wegen laufender Verfahren rechtfertigen muss, warum haben sie diese Weisung gegeben, warum haben sie diese Weisung nicht gegeben, dann wird das Ganze weniger interessant. Weil man kann so einen Bundesstaatsanwalt oder eine Bundesstaatsanwältin als Politiker auch viel leichter kritisieren als den Minister, der womöglich aus der eigenen Partei ist, oder ein Minister des Koalitionspartners. Wir haben das im Übrigen auch erlebt, als Ungarn eine junge Republik wurde, der Professor Görgi, der damalige Justizminister aus Ungarn, als Generalstaatsanwalt aus Ungarn, ist immer wieder zu Besuch gekommen. Der musste auch einen abendlich vorgesehenen Theatertermin absagen, weil er erwartet wurde, und das wurde ihm am Vormittag mitgeteilt, im Parlament in Budapest, und dort Rede und Antwort stehen musste zu irgendwelchen Dingen. Sind Sie jetzt eher der Meinung von Herrn Leichtfried oder der Meinung der Justiz? Ich würde mich jetzt eher dem Kollegen Leichtfried annähern, aus folgender Überlegung heraus. Er umrascht uns jetzt nicht. Weil wir, ich glaube schon, dass es ein gewisses Primat der Demokratie geben muss. Ich meine, in unserer Verfassung steht, das Recht geht vom Volk aus, wir sind demokratisch gewählte Repräsentanten. Wir müssen die Gesetze machen, letztlich Gesetze, die die Justiz umsetzt. Und ich glaube schon, dass wenn wir eine derartig hohe Position besetzen, dass es auch Recht der Politik sein muss, dort in der Form gestaltend und kontrollierend tätig zu sein, wie es eben im Rahmen des Parlaments ist. Herr Fühlinger, in der Verfassung steht aber auch, die Gerichtsbarkeit ist in allen Instanzen unabhängig. Und im Artikel 90a, den wir jetzt endlich haben seit 2008, steht, dass die Staatsanwälteorgane der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind. Das heißt, es ist ein bisschen unklar, was dann weiter steht und da gibt es unklare Auffassungen, unterschiedliche Auffassungen der Verfassungsrechter, das ist schon richtig. Aber das heißt, und darauf läuft es hinaus, wir machen einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt, Bundesstaatsanwältin, aber das ist kein Teil der Gerichtsbarkeit. Die wird kontrolliert als Teil der Verwaltung. Und dort sollte man nicht ankommen. Ansonsten finde ich den Gedanken natürlich sehr bestechend. Und endlich, endlich nach vielen Jahren ist die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften an die politische Distanz in Diskussion gekommen. Das haben wir letztlich der ÖVP zu verdanken. Also, ja, ich nehme das Hölzl gerne auf. Es gibt eine politische Verantwortlichkeit für die Justiz und die besteht darin, endlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die das vernünftige Arbeiten ermöglicht. Erhöhen Sie bitte die Gebühren für die Gerichtsdolmetscher. Führen Sie die Begründungspflicht bei geschworenen Urteilen ein. Es kann nicht sein, dass jemand zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wird und weggesperrt wird. Und es steht in der Begründung, nur gründet auf den Wahrspruch der Geschworenen. Und ich könnte jetzt ewig weiterreden und Ihnen Nachholbedarf aufzählen. Es gibt genug zu tun. Lasst es uns gemeinsam anpacken. Eine Frage, die auch noch aktuell offen ist, ist Christian Pilnercheck. Also es sind zwei hohe Justizmenschen. Der eine ist suspendiert, der andere, der Herr Brandstätter, arbeitet aber weiter eben als Verfassungsrichter. Ist das gerechtfertigt, dass der Brandstätter bleibt? Oder, anders gefragt, ist es ungerechtfertigt, dass man den Herrn Pilnercheck suspendiert hat? Ist hier eine Ungleichbehandlung zu sehen in die eine oder andere Richtung? Als Sektionschef ist er Beamter und unterliegt sozusagen diesem Regime und Dienstrecht und Disziplinarrecht. Das heißt, das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Verfassungsrichter, wo das letztlich eine interne Gelegenheit des Gerichtshofs ist, wie mit dieser Angelegenheit umgegangen wird. Also man kann die zwei Fälle, auch wenn es sozusagen ein Fall ist oder eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft, nicht gleich behandeln, weil sie einfach nicht dieselbe Stellung haben. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Man sagt, die Öffentlichkeit fragt sich. Also auch am Verfassungsgerichtshof gibt es eine Möglichkeit der Suspendierung. Das muss mit zwei Drittelmehrheit aller Verfassungsrichter beschlossen werden. Der Präsident Grabenwarter hat keinen Anlass gesehen, dieses Verfahren in Gang zu setzen. Richtig. Wie sehen Sie das? Es ist so. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Für einen Beamten ist das im Beamtendienstrecht so vorgesehen. Und ich habe heute mit Interesse das Interview von Brandstetter in der Kronenzeitung gelesen, der klar gesagt hat, dass er sich in der Lage sieht, sein Amt auszuführen. Und wenn der Verfassungsgerichtshof, der zu dem Amtshilft leistet, das genauso sieht, dann soll es so sein. Ja, was mir fast mehr Sorgen macht, ist der Zustand, in dem unser Land scheinbar geglitten ist und das sich an solchen Beispielen immer stärker zeigt. Und es wäre gut, wenn es auch eine gemeinsame Anstrengung gäbe, wieder in der Korruptionsstatistik bessere Plätze einzunehmen. Und was halten Sie eben davon, dass Herr Brandstetter noch im Verfassungsgerichtshof bleibt? Ist das für Sie in Ordnung? Ja, nach dem Wölkern wir bei der Frau Präsidentin anschließen. Jetzt ist es, weil wir schon beim Verfassungsgerichtshof sind, hier gibt es ja auch den Plan, eben abweichende Meinung, die Sending Opinions, wie das heißt, abweichende Meinungen in Zukunft auch zu erfahren. Halten Sie das für eine kluge Idee? Als Juristin fände ich es spannend. Als gelernte Österreicherin würde ich sagen, lieber nicht. Ich glaube, wir haben, das mag in vielen Ländern funktionieren. Wir haben hier, Klammer auf, vielleicht leider, Klammer geschlossen, glaube ich, nicht wirklich eine Kultur damit umzugehen. Also wenn ich sehe, wie die Diskussion jetzt in den letzten zwei Wochen geführt wurde, dann habe ich ein bisschen Angst davor bei heiklen Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs, wenn hier dann wilde Diskussionen auf politischer Ebene losgetreten werden und hier dann vielleicht in der Öffentlichkeit die Entscheidungen, die ja letztlich in Geltung sind des Verfassungsgerichtshofs, hier infrage gestellt werden. Das würde, fürchte ich, letztlich passieren. Und das schadet, glaube ich, auch dem Gerichtshof und auch seinen Erkenntnissen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür, aber auch hier, glaube ich, sollte man sich das gut überlegen und vor allem sollte es, glaube ich, nicht gegen den Wunsch der Verfassungsrichter durchsetzen. Herr Bleischl, wie sehen Sie das? Meine Erfahrung ist, dass es so etwas wie eine Rechtskultur gibt, dass vernünftig scheinende Dinge in anderen Ländern gut funktionieren und in diesen wieder weniger gut. Und ich sehe das ähnlich kritisch wie die Frau Präsidentin. Natürlich wäre das interessant, die Gegenpositionen zu lesen, aber was hat man im Grunde davon? Dem Verfassungsgerichtshof und den Betroffenen scheint es darauf anzukommen, mit einer Stimme nach außen sprechen zu können. Ansonsten würden sie, so meinen Sie wohl, an Autorität verlieren, einbüßen. Und das, denke ich, sollte man auch, wenn das denn so einhellig und stark kommt, auch respektieren. Aber Sie wollen das machen? Ja, es steht jetzt in diesem Vortrag drinnen. Ich glaube, dass so eine abweichende Meinung, und das gibt es ja in vielen Gerichten dieser Welt, das ist jetzt keine ganz große Sensation, sicherlich auch ein bisschen Transparenz in die Entscheidungsstruktur hineinbringt. Ich sehe es nicht als Muss, aber es ist eine ganz gute Möglichkeit. Kein Muss. Ich zähle mich eher zu den Skeptikern, eher aus den Gründen, die bereits angesprochen wurden. Man muss es schon im Lichte der Zeit sehen, und wir erleben gerade eine Kampagne gegen die Justiz. Ich glaube, man muss auch die Verfassungsrichter vor derartigen Kampagnen so gut es geht schützen. Und diese abweichende Meinung wäre natürlich ein bisschen Aufbruch des Urteils und Aufbruch auch der geschlossenen Meinung des Verfassungsgerichtshofs. Und könnte dazu führen, dass auch Richter etwas stärker unter Druck geraten. Deshalb wäre ich da sehr, sehr vorsichtig und bin auch der Meinung, dass es in unserer Situation, mit unserer Rechtstradition, mit unserer Verfassungsgerichtshofstradition besser ist, ein Urteil zu haben, hinter dem die ganze Kraft des Verfassungsgerichtshofs steckt, weil die Diskussionen ansonsten wahrscheinlich nicht gerade zu größerer Rechtssicherheit beitragen würden. Ich würde mich eher Ihnen anschließen, aber ich würde einen pragmatischen Zugang empfehlen. Fragt die Verfassungsrichterinnen und die Verfassungsrichter, was die wollen. Auf jeden Fall merkt man nach einer Stunde Diskussion, dass schon die Politik, also wenn es dann einen leichten Einfluss oder weiteren Einfluss gibt, dann sind sie einer Meinung und ansonsten ist Justiz und Politik werden immer wieder aufeinander geraten oder in die Haare geraten. Morgen warten wohl alle auf die weitere Vorgangsweise der Regierung in Sachen Corona und mögliche Lockerungen oder auch nicht. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion und Ihnen zu Hause fürs Zusehen reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie den Doc-Film Kinder aus Sarajevo über die überlebenden Kinder und Jugendlichen. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen. Wir machen uns sehen Sie über die Ehrezent personen Untertitelung des ZDF für funk, Untertitelung des ZDF für funk, Sie sind wieder Untertitelung des ZDF, 2020